Jetzt wird's gefährlich. Pablo Perez. Er kommt an den Ball per Hechtsprung. Klasse gemacht. Da hat er gar nichts anbrennen lassen. Das könnte was werden. Andres Iniesta. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Kurze Hereingabe. Das Weiterkommen ist noch nicht so richtig in sich. Zwei Tore fehlen noch, aber dieses Tor ist auf jeden Fall schon mal ein Hoffnungsschimmer. Jetzt ist er durch. Die Chance. Abgewährt vom Torwart. Vielleicht können Sie diese Ecke jetzt nutzen. Die Fans sind da. Der Druck ist im Moment enorm. Jetzt ist es gefährlich. Was für eine Parade. Aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.